Was bisher geschah in der verlorenen Folge von Trenchcoatwalkers. Hallo, mein Name ist Dela. Bei mir ist der wundervolle Henrian. Hallo, Henrian. Oh Gott. Und auch mit einem super special... Es geht schon gut los. Ein super special Spezialgast, nämlich den Jonas. Hallo, Jonas. Hallo, Lela. Hallo, Henrian. Hallo. Ja, falls es ihr noch nicht mitgekriegt habt bei den allgemeinen Sprachstörungen und der allgemeinen Verwirrung. Wir sind ja bei den Trenchcoat-Talkers. Folge, ja, entweder eins oder zwei oder irgendwas. Auf jeden Fall hallo. Hallo. Naja, ansonsten war das eine sehr arbeitsintensive Woche. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Für mich waren es in erster Linie blödsinnige Arbeiten für die anderen. Aber ja, ich bin eigentlich zufrieden so mit der gesamten Situation. Ähm, bröckelst du eigentlich nur bei mir oder auch beim Hendrian? Gut, dass du das fragst. Diese Frage wollte ich auch gerade stellen. Okay, also offensichtlich bröckel ich überall. Und auch dein Audio ist irgendwie nicht ganz... Ich meinte vor allem das Audio. Ja, nein, ich habe den Witz nicht kapiert. Entschuldigung. Ja, das ist interessant, aber nicht zu ändern, weil... Ich glaube, das ist die WLAN-Krankheit. Bist du über Stellar 5 oder über Stellar drin, Schatz? Ach nein, du hängst ja gar nicht am WLAN. Ich hänge über Kabel drin. Ja, Moment, dann probiere ich mal was. Du hast hinter deinem Rechner ein tolles Kabel liegen. Du musst es nur einstecken. Warum haben wir das denn noch nicht getan? Keine Ahnung. Moment. Weil die Aufgabe hieß, verlege ein Kabel. Nicht stecke ein Kabel in den Rechner. Naja, das Kabel führt eigentlich auch nur in die Fritzbox hinter dem Rechner, die dann per Mesh zugeschaltet ist. Ah. Und schau mal. Ich weiß nicht, ob das die Sache besser macht oder nicht. Ja. Eben haben wir noch von Technikproblemen gesprochen und zack ist der Armin da. Genau. Hallo Armin. Hallo. Wenn du mit uns sprechen möchtest, dann musst du nur dein Mikrofon anschalten. Ansonsten schmeiße ich dich ins Publikum. Oh, er hat Armin. Oh, das ist er. Er bröcke ich denn jetzt weniger? Nein. Nein. Okay. Äh, Schatz, kannst du kurz rüberkommen und das Kabel verlegen? Ich, ich versuche es. Okay. Oh, toll. Ich kann Technikdinge kommentieren. So. Hallo, wie du hast mir den Armin? Der Jonas ist jetzt aufgestanden. Man hört ihn rumpeln. Hallo. Ich soll hier ein Rohr verlegen? Ja, da ein Kabel. Warum machst du keine Maske auf? Dann lies vorbei. Nicht gehört? Ja. Tut dir nicht weh. Der Deckenturm ist sehr wackelig. Ach, sag los. Ja. Der obere ist der Rechner für Spaß. Wenn ich gleich weg bin, war es mir eine Ehre mit euch zu podcasten. Ich halte hier einfach die Stellung und die kommt dann wieder rein. Okay. So. Ah. Ah, ist gezeichnet. Dann verlasse ich mal kurz den Raum und bin in wenigen Sekunden wieder bei euch. Okay. Okay, Dela bröckelt. Jonas hört man gar nicht. Das wird audio-mäßig eine super Folge. Ich vermute, du hast gesagt oder gefragt, ob ich von der heutigen Eskalation erzählen möchte. Ja. Wir sind eskaliert. Sag ich. Ich habe gesagt bekommen, irgendjemand in diesem Haushalt möchte ein eigenes Sonnenplätzchen haben, weil die anderen Sonnenplätzchen schlecht zu erreichen sind oder nicht anders liegen. Das ist witzig, weil ich war kurz zu überlegen, es gibt Parallelen zum Kaiserreich. Und auch da hat man die Marien die Arbeit machen lassen. Ja. Beim Umzug vom Jonas habe ich lauter tolle Sachen bekommen. Jetzt ist mein Zimmer zu klein. Es ist ein Fernseher im Weg. Der Fernseher ist das geringste Problem. Na ja, mal gucken. Musst du mal ein bisschen durchräumen und durchsortieren. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das Hauptproblem wird, wohin mit dem Klavier und dem zweiten Klavier. Also dem Keyboard. Es ist... Hm. Aber fand man sich da nicht so dekorativ drauf? Die Dame und so in weinenden Kleidern und nein? Ja, schon. Aber ich glaube, das geht nicht dauerhaft. Na ja, man muss es nur als Sofa deklarieren und dann ist das ein gelöses Problem, nein? Hm. Ein Hochsofa. Ja, genau. Wie ein Hochbett, nur anders. Ich glaube, Hendrian, nur um die Schuld von mir zu weisen, bist du diesmal der Mann für die Post-Production. Man hat dich gerade sehr unprockelig schwer atmen gehört. Okay, jetzt hat man dich bröckelig schwer atmen und hören. Und während du jetzt gerade gesprochen hast, Tendrian hat es wieder ganze Satzbrocken verschluckt. Bei mir zumindest. Das ist nicht nett von diesem Ding. Nein. Äh, ich würde jetzt gerne mal versuchen. Ich würde jetzt testweise hier einfach, ähm, mal zumachen. Und hätte ich gesagt, wir probieren mal kurz, dass wir uns im Teamspeak treffen und das Bild aber über das Discord laufen lassen. Okay. Nur damit wir mal einen Test haben, ob es da wieder glattern läuft. Weil ich habe tatsächlich den Verdacht, Studio Link macht Studio Link Dinge. Okay. Wollen wir das mal versuchen? Äh, können wir tun. Gut, dann Teil 2 dieser Aufnahme hört ihr vielleicht oder auch nicht. Wir werden es sehen. Jetzt. Hört ihr mich jetzt? Jawohl. Wir hören dich. Oh, ist gezeichnet. Mendo, ich wollte tropfen. Äh, verzeihung. Machst du gerade eine Multi-Track-Aufnahme oder eine normale? Äh, Multi-Dings. Das ist ausgezeichnet. Mit viel Dreck. Oh, ist gezeichnet. Ja, Dreck ist Teil des Konzepts dieses Formats. Ach, wieder so ein so ein Sci-Fi-Dings. Jaja, genau. Aber das scheint nämlich erst mal ein bisschen runterzulaufen, habe ich so den Eindruck. Das scheint um einiges runterzulaufen, ja. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir das so. Und wenn dann Menschen trotzdem live dabei sein wollen, die können sich ja dann einfach mit in das Teamspeak reinsetzen. Entweder das oder sie haben einfach nicht gemacht. Ja. Exakt das. Genau. Ach, ach. Du sagst es. Oh. Hm. Trinken wir heute noch alkoholische Dinge oder nicht? Ich weiß nicht, worauf ich Lust habe. Hm. Hm. Das ist natürlich ein großes Problem. Also ich hätte schon Lust auf was zu trinken, aber was? Eine Rollmops-Schorle. Ähm. Ja, ich meinte mehr Alkohol mit mehr Alkohol und so. Das lässt sich regeln. Nein, kein kein Cocktail. Vergorene Rollmops. Ja, aber wo bekomme ich denn her um diese Zeit? Welten haben zu. Hast du nicht so was noch im Kühlschrank? Nein. Bloody Matrose. Sowas wie Bloody Mary nur. Ach, egal. Angst. Sehr viel Angst. Sehr, sehr viel Angst. Nun, ach. Hm, da weiß ich was Fruchtiges oder was Süßes. Ach, ach. Ich weiß doch auch nicht. Dann kann ich dir auch helfen. Ich glaube, ich fange einfach mit dem an, was ich hier entstehen habe. Ein bisschen Havanna. Wenn ich jetzt drei Jahre alte. und etwas Cola. Gutes Konzept. Das wird übrigens nachher spannend. Spannend! Weil ich jetzt nicht weiß, wo ich jetzt gerade das Teamspeak neu gestartet habe. Hm? Wo er dann meine Audiospur ansitzt. Bei der Mehrspuraufnahme. Äh, ja, das wird spannend. Ich kann hier mal kurz in den Ort noch reingucken. Aber dann da einfach zwei, äh, Dingsis von dir hat vielleicht. Hm. Okay, er hat für dich nur eine Spur hier drin. Hm. Hm. Ich glaube, wenn der Hendrian gleich wieder da ist, werde ich einfach mal eine neue Aufnahme starten. Also quasi noch eine Backup-Aufnahme. Mhm. Und dann werden wir das ja sehen. Ich nehme an, er, äh, hat einfach, wenn du draußen warst, eine, äh, Pause. Hm. Aber das ist nur eine Vermutung. Denn ich kann es ja natürlich nicht wissen, woher dann auch. Entschuldigung. Bist du denn immer noch gesättigt? Ja. Durchaus. Durchaus. Das ist viel. Äh, schon. Weil satt sein ist voll gut. Das stimmt. Viel besser als ruhig sein. Pallum, Pallum. 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 Hm. Was machen wir hier jetzt? Weiß nicht. Hm. Lustigen Quatsch? Was ist für lustigen Quatsch? Reiß nicht. Willst du vielleicht mal so ein lustiges Schokoladen in die Kirchen probieren? Hm. Nee, ich habe ja jetzt erst mal einen Rund-Cola. Okay. Die Kirchen vielleicht später. So, sorry, da bin ich wieder. Guten Tag. Hallo. Musste kurz noch was festschrauben. Okay. Mit Muskelkraft Was hast du da gleich? 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 Ich habe ein Minimagnum. Voll gut. Ein originales oder ein nachgemachtes? Ein nachgemachtes. Hm? Mit irgendeiner Superspezialfüllung oder ein äh normales Klassik Minimagnum? Ganz normales Klassik. Hm? Sehr gut. Hm. Ich hatte gestern ein Kinder-Rueno-Eis. Oh, auch sehr köstlich. Mhm. Ich glaube, ich hätte es nicht direkt essen dürfen, sondern ich hätte es so leicht anschmelzen lassen sollen. Mhm. So zehn Minuten oder sowas und dann aber ich war zu gierig. Als wäre jemals in diesem Haushalt irgendjemand zu gierig, wenn es zu essen geht. Hm. Ähm. Folgender Vorschlag. Ja. Erstens 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 wenn ich mal kurz ob TeamSpeak über Sandy überhaupt erläft und dann würde ich nämlich mal eine Rauben kommen. Hm. Oder nein, noch besser ich komme einfach ich komme einfach zu dir ins Zimmerchen. Hm. Äh, dann laufe ich ja theoretisch über dein Mikrofon. Äh, ja, du hörst halt noch nichts. Ja, ach. Ich, äh, kann dir, äh, langfristig hier einen zweiten Kopfhörerausgang hinbasteln. Du könntest auch den Kopfhörerverteiler mitbringen aus der Kiste, wo Technik draufsteht. Ich glaube ganz an der Fensterseite. in dem Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Äh. Das, äh, er spart mir viel Arbeit. Die Frage ist jetzt wenn ihr im, im, im Discord euer Ne, das geht auch nicht. Ne, Nimm doch einfach dein Handy mit TeamSpeak mit. Ja. Und schalt dich da stumm. Ja. Ich probiere das mal. Äh, ich, äh, ich bin in wenigen Minuten eventuell gegebenenfalls wieder. Und so. Okay, do, okay. Du. So. Ja. Was sind denn jetzt die wichtigen Themen, die wir ohne DLAB sprechen können? Hm. Was haben wir denn für wichtige Themen? Morgen wird es Lasagne geben. Oh. Habe ich gerade beschlossen. Äh, eine spezielle Art Lasagne oder klassisch? Äh, klassische Lasagne, weil die Pizzeria gegenüber hatte jetzt ein paar Wochen geschlossen wegen Wasserschaden und die haben wieder offen. Und die machen vortreffliche Lasagne. Ah, ich verstehe. war aus irgendeinem Grund von, äh, von fertiger, also ne, von selbstgemachter Lasagne ausgegangen. und dabei fällt mir auf, dass ich schon sehr, sehr lange keine, äh, fremdgekochte Lasagne, sag ich mal, äh, hatte. Ja. Lieber nur selbstgemacht oder halt fertig in Lasagne. Wobei fertig in Lasagne meistens echt nicht gut ist. Oder ja, nee, das ist falsch. Es gibt Sohne und solche. Es, die sind schon okay, aber es ist halt was komplett anderes als selbstgemachte Lasagne, oder zumindest frisch gekochte. Aber selbst die selbstgekochte von mir kommt nicht an die von der Pizzeria nebendran ran. Okay, das, da ist gerade. Wie gesagt, die machen eine wirklich gute Lasagne. Oder ich mache eine wirklich schlechte. Das kann auch sein. Also, wenn ich mal wieder irgendwo in der Nähe bin, würde ich gerne diese Lasagne probieren. Mhm. Okay, ich werde Hunger mitbringen müssen. Ist nicht so die typische, ich bestelle mir mal eine Pizza, Pizza. Also, ist echt, echt gut. Hm. Äh. Hey, das wollen wir jetzt hinzubolgen. Äh, Ja. Womit wir wieder beim Thema sind, niemand eskaliert hier. Ach ja. Doch, also, so einen Rahmen am Scheintisch zu haben, das ist nicht verkehrt. Warte, kann ich das, äh, hier, äh, ja, das ist eine Fliegenklatsche, aber, äh, nur, Das ist, das ist so ein, so ein, so ein Alu-Schienen-Zeug, oder? Äh, genau. Ja. Habe ich mir, äh, passend zusammen, äh, geschnitten, bestellt. Das kriegst du, das kriegst du, das kriegst du, genau zugeschnitten und dann, ja, kannst du da halt, äh, entsprechendes Montagematerial dazu bestellen. Ja, ich hab, äh, einen Kleiderhaken als, äh, Kopfhörer aufhängend, Dingsi, dran, das, äh, doch, das ist, das ist gut, die, äh, Kamera hängt da dran, und alles, ja, geil, nee, ja, äh, mir fehlt noch Licht da dran, das, das, äh, ist noch geplant. Naja, aber, wenn du hier dann richtig Licht hast, brauchst du dann ein Separatlicht, ein Ficklicht am Schwenkgelenk, quasi. Nein, 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 besser. Äh, Farbwechsellicht, so Videolicht und so, ja, RGB-Leuchten. Mhm, mhm. Ja. Aber wir sind ja Profis. Das stimmt ja, jetzt wurde es gesagt. Ja, ich denke es auch immer. Sieht man vor allem auch an dem hochprofessionellen Setup, das wir jetzt hier zurecht gestoppt haben. Ja. Same, same. Das einzig halbwegs professionelle hier ist das Mikrofon. Der ganze Rest ist, äh, Quatsch. Ich bin ja wohl gespannt, wie diese Folge dann funktioniert. Mhm. Wahrscheinlich auch mit viel Quatsch. Natürlich. Aber man muss ja auch merken, dass wir ein alt und verbittert da-Folge sind. Ja, das stimmt. Eben, eben. Jetzt würden die Leute denken, oh, ein super neues Format. Ja, genau. Qualität hier. Content da. Content. Hast du denn in letzter Zeit Dinge konsumiert? Ähm, warum bin ich immer so unvorbereitet, wenn ich hier aufschlage? Das ist ja furchtbar. Ich habe jede Menge Dinge konsumiert. Warte mal. Äh, sprich mich bitte in zwei Minuten. Es geht nicht um Drogen. Ja, mache ich. Äh, Pornhub? Nee, warte. Äh, lass mich kurz. X-Ramster. Wenn, dann X-Wanze. Was ist X-Wanze? Die Seite gehört mir. Wieso bin ich jetzt irgendwie nicht überrascht? Ja. Äh, äh, ich bin über eine neue, eine neue Arte-Doku gestolpert jetzt die Tage. Die war sehr geil. Äh, die Website ist leider nicht erreichbar. Ja, genau. All Inkel kriegt es nicht fertig, das DNS richtig zu schalten. Ich weiß noch nicht, ob es daran liegt, dass sie glauben, hey, der will darüber Porn streamen. Oder, äh, weil sie einfach nicht geschissen kriegen. Ich weiß es nicht. äh, Adrian, schick dir einfach ein Bild von dir, dann hat sich die Frage geklärt. Dann sperren sie die ganze Seite endgültig. Na toll. Ähm, genau, eine Arte-Doku über, äh, Elefantine. Ja, ja. Nasser Staudamm und, äh, nicht mehr so nasser Staudamm und so. Das war, das war ganz geil. Ähm, in Sachen Podcast, bin ich ein bisschen, äh, bin, da habe ich relativ wenig gehört. Mhm. Das weiß ich. Ähm, Spotify war noch irgendwas, äh, äh, ich habe drei Fragezeichen gehört ohne Ende, auf jeden Fall. Okay. Weil, ähm, wie heißt sie denn hier, äh, nicht, Mai Thi Nguyen Kim. Ja, ja. Äh, hat ein Drei-Fragezeichen-Buch eingelesen. Mhm. Ich weiß noch nicht mehr welches. Und das hat sie, ah, hier, warte, in meiner Liste steht es drin. Äh, die rätselhaften Bilder. Mhm. Äh, das war, das war sehr kurzweilig. Das hat die sehr, sehr gut gemacht. Also, genau. Das war, glaube ich, mein, mein Hör-Highlight der letzten Wochen. Das ist sehr schön. Mhm. Ja, ich bin, äh, in das nächste Kaninchenloch gefallen. Okay. Äh, ich habe, oder nein, dieses, dieses Kaninchenloch drohte ja schon auf mich herabzustürzen, seit einigen Wochen und Monaten. Mhm. Ähm, Warhammer ist ja ein Begriff. Äh, 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 gut, genau das. Aber mich interessiert ja das richtige Warhammer 40K relativ wenig. Was mich ja interessiert ist, äh, dieses ganze alte Warhammer Fantasy-Zeug. Mhm. Und es ist ein Fass ohne Boden. Und es macht sehr viel Spaß. Das Problem ist, die sind nicht in der Lage, eine Chronologie in irgendeiner Form darzustellen. Okay. Naja, weil das sind halt alles Romane. Also du, wenn du, ich interessiere mich ja nicht für das Spiel. Ich interessiere mich ja für die, für die Welt dahinter quasi. Ja, schon. Klar. Und das läuft halt in erster Linie über irgendwelche Romane. Mhm. Und die sind halt eher nicht auf die Chronologie gedacht, sondern auf die einzelnen Fraktionen. Ah, okay. Was ja in diesem Wargaming-Kontext auch total viel Sinn macht. Mhm. Und ja, auf jeden Fall bin ich da jetzt ein bisschen eskaliert. Mhm. Wir werden sehen, wie weit das trägt. Ja. Genau. So. Ich wechsle wieder kurz das Gerät und bin gleich wieder zurück. Okay. Moment. Braucht man noch irgendwas? Äh, Nö. Ja, ich habe heute oder gestern, ich glaube gestern kurz angefangen, ein, da, es war, äh, nee, ich muss anders anfangen. Ich hatte, es war so gewesen. Genau. Ich hatte in meinem Podcatcher noch den Feed von Kui Bono. Äh, äh, das sagt mir irgendwas. Das, äh, die erste, äh, Serie war, What the fuck happened to Ken Japson? Ah, natürlich, ja, ja. Und die zweite war, äh, wer hat Angst vor dem Drachenlord? Mhm. Und jetzt hat die gleiche Produktionsbude, Mhm. Äh, was gemacht, irgendwie, Nubi, ein Polizist stürzt ab. Mhm. Und die erste Folge ist da reingekommen, aber scheinbar nur als Podcast-Tipp oder so. Ich, äh, hab's nicht ganz verstanden. Äh, und das kann man sich aber jetzt schon komplett bei der ARD-Audiothek anhören. Okay. Äh, und das hab ich dann jetzt auch gemacht, also mir fehlt noch die letzte Folge. Mhm. Nur, dass, äh, halt, alle fünf Folgen zusammen sind halt, äh, eine Folge von einem Tech-Podcast oder so. Das sind halt zweieinhalb Stunden. Ja, ja. Das kann man so mal nicht beibegwört. Also eine halbe Folge Blatthering quasi. Äh, genau. So, könnt ihr mich wieder hören? Ja. Fantastisch. Ja, es gibt wohl noch eine Bonus-Folge, damit kommen wir dann so ungefähr auf, äh, drei Stunden. Ah, ja. Okay. Ähm, ja. Dieses, dieses Lustige, was wir heute angehört haben, denn ist? Äh, genau das. Hm. Hm. Ja, äh, äh, mit einem, äh, ja, mit einem Polizisten, der mir sehr, sehr dumm vorkommt. Aber, okay. Es ist vielleicht auch nur unsere kriminelle Energie. äh, äh, ich, äh, ich, ich weiß nicht. Vielleicht denke ich auch einfach anders, oder, ja, nee, irgendwie, äh, vielleicht habe ich auch ein falsches Bild von Polizisten in meinem Hirn. Hm. Ich glaube, er ist einfach sehr, sehr dumm. Ja. Hm, hm, hm. Weil wenn du von anderen Polizisten, äh, vornäufig festgenommen wirst, weil du ein gestohlenes Auto fährst und dann wieder auf freien Fuß kommst und weiter gestohlene Autos verschiebst, also quasi du gehst aus dem Polizeirevier raus und das erste, was du machst, du rufst deinen Autoschieberfreund an, der dir die Autos, äh, oder für den du die Autos durch die Gegend fährst und, äh, gehst dann zudem in die Werkstatt. Hm, ich weiß nicht. Also unauffällig ist anders. Ja. Mhm. Und wenn dann immer wieder Autos verschwinden, die du abgestellt hast, bevor du sie, ja, irgendwo hinbringst. Ja. 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 Äh, vielleicht denkt man auch, äh, nicht drüber nach, äh, wenn man in so einer Situation ist. Oder er hat sich einfach das, äh, Hirn weggekokst. Das, äh, kann auch sein. Ja. Ach, ach, ach. Ja. Ja, äh, ja, äh, ich habe lustige Dinge konsumiert. Einmal, äh, Barty Ehrmann, Armageddon, äh, und ich muss sagen, ich habe da mit erstaunlich viel Spaß. Also es geht um die, um die Offenbarung des Johannes. Mhm. Mhm. Und dieser, äh, äh, Barty Ehrmann ist ein Religionsprofessor. Mhm. Schreibt sehr viele, sehr interessante Bücher. Das ist aber tatsächlich das Erste, wo ich mich mal aktiv damit auseinandergesetzt habe. Ich kenne halt, also, ich habe sehr viele von seinen Büchern auf meiner Liste. Ich habe aber bis jetzt noch keins gelesen. Mhm. Ähm, und der Witz ist wohl, also er kommt ganz ursprünglich selbst, so aus seiner Erziehung und Kindheit und Jugend, aus diesen fundamentalistisch-christlichen evangelikalen Haushalten in den USA. Mhm. Und in diesen Büchern, die er eben mittlerweile schreibt, macht er sich eigentlich permanent über diese ganze Sache lustig. Er ist sehr visant, also er hat einen sehr süffisanten Schreibstil, aber halt als, äh, Theologie-Professor tatsächlich auch sehr grundfundiert und so weiter und so fort. Und legt halt da, wie zum Beispiel solche Sachen wie die christliche Vorstellung von Armageddon und wie das Dinge prägt, zum Beispiel Außenpolitik in den USA. Okay. Weil eben solche Sachen wie, naja, Jerusalem muss ja in den richtigen Händen sein und dies, das. Mhm. Damit der wiederkommen kann und sein Zeug da machen kann und so weiter. Ja gut, dann ist da klar, auf welcher politischen Ebene wir uns da bewegen müssen. oder zum Beispiel auch so Sachen wie, wenn wir davon ausgehen, dass diese ganze Erde sowieso hinfällig ist, früher oder später, dann sind halt so Probleme wie Klimawandel. na? Verstehe. Also, das hat, also ich meine, ja klar, das ist eine Sache, die war mir verhältnismäßig klar, aber er geht dann halt auch auf die Feinheiten ein, die mir jetzt nicht unbedingt geläufig gewesen wären. Ich muss sagen, es ist echt kein schlechtes Buch, also da kann schon was. Und hat halt auch andere Bücher geschrieben, zum Beispiel eben wie diese ganzen religiösen Bibelgeschichten und so weiter und so fort, dass das ja auch alles nacheinander erst später entwickelt worden ist und so weiter und so fort. Wer da wo an welcher Stelle ein politisches oder anderweitiges Interesse hatte, da das und das und so. Das ist schon echt spannend. Also, da kann schon was. Also, das ist sowas, wenn du wieder nicht schlafen kannst und brauchst eine sehr angenehme Stimme, die dir was erzählt, die Bücher sind da sehr gut geeignet. Und dann hatte ich auch wieder sehr viel Spaß, da muss ich aber kurz nach dem Namen gucken. Moment. Edward Bukhitching. Auch einer dieser Menschen, die ich immer wieder lese. er meint dazu, Atlanten zu schreiben. also zum Beispiel Atlanten über geografische Punkte, die irgendwann mal auf irgendwelchen Karten aufgetaucht sind, die es aber nie gab. Okay, ja. Oder eben alte Karten, alte Dinge, so neue Welt quasi, wo wir geraten haben. Theoretisch wüssten, dass da so, da hinten sind so ein paar Drachen und da sind so ein paar Affenmenschen mit Augen auf der Brust und sowas. und das ist auch echt spannend. Also, das ist so ein bisschen dem seine, dem seine Spezialität. Der mag halt so die abstruseren Themen, sag ich mal. Mhm, mhm. Äh, sehr, sehr witzig. Irgendjemand klickt übrigens die ganze Zeit und das ist, glaube ich, der Jonas. Entschuldigung. Okay. Warum hört man das? Weil du auf Dauer senden wirst, nehme ich an. Mhm. Eigentlich soll das alles entkoppelt sein. Liegt das immer noch so laut? Ja. Ja. Also leiser auf jeden Fall. Okay. Aber man hört es noch. Egal. Das sagt der Hendrian, ist ja derjenige, der hat einen Audiokrebs kriegt und nicht ich. Äh, was wollte ich sagen? Ach ja. Und er hat jetzt auch wieder ein Buch geschrieben über lustige, abstruse Sportarten. Zum Beispiel Fuchsbrellen. Nein, ich kann dir noch nichts darüber erzählen, weil ich das wohl erst angefangen habe. Aber ich bin auf die nächste Folge gespannt. Es ist auf jeden Fall sehr witzig und die Bücher von dem kann ich auf jeden Fall jedem sehr ans Herz legen. Die sind alle sehr, sehr witzig teilweise. er hat zum Beispiel, da habe ich mit mit Flur schon mal drüber gesprochen, The Mad Men's Library geschrieben. Ein Buch über Bücher. Und das sind so Sachen wie das kleinste Buch der Welt oder das größte Buch der Welt, die Bibel des Teufels oder lustige Bücher aus Menschenhaut oder also alles solche, solche abstrusen Dinge. und er macht halt auch so Sachen über Kunstdichte zum Beispiel, wo dann irgendwelche lustigen Bilder er die Feinheiten bespricht oder die Besonderheiten in den Biografien der Maler und so weiter. Also der hat so ein bisschen ein Auge für die abstruseren Dinge. Der macht sehr viel Spaß. Und dann hatte ich euch ja eigentlich versprochen, dass ich euch heute zum Tag, denn wir haben ja heute den 6. Mai 2023 und heute ist ja die offizielle Krönung von King Charles. Genau, die war schon, habe ich gehört. Der wievielte ist das jetzt? Der wievielte Charlie? Charlie, der dritte. Der dritte. Äh, weil, ich habe euch ja schon angedroht, äh, einer meiner Lieblingsbegröten, oder nein, ist keiner meiner Lieblingsbegröten, aber einer meiner Lieblingsbegröten. Bitte sag, dass wir, dass wir anlässlich von Charles Krönung jetzt unser Charlie gucken. Können wir auch tun, habe ich aber nicht vorbereitet. Äh, nein, nein, aber ich dachte, wir reden über ein Buch, äh, ich muss noch kurz gucken, wie es genau heißt. Irgendwas mit Titel im Moment. The Antiquist, The Antiquist and a Cup of Tea. Die Verschwörungstheorie, warum Prinz Charles, oder jetzt King Charles, der Antichrist ist. Äh, ich habe bedauerlicherweise nicht mehr rechtzeitig das Buch bekommen, was sehr bedauerlich ist. Aber, also, die grundsätzliche Idee ist die, ähm, dass er einmal, äh, gibt es, gibt es in der Beschreibung der, der, der Offenbarung und so weiter, äh, eine, eine Beschreibung des, des, dieses ersten, ersten Biest, was ist der Begriff für Biest? Dieses Monster, Tier. Dings. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, in der Lutherbibel ist es tatsächlich Tier. Ich glaube auch, aber der Experte sitzt hier auf der anderen Seite. Genau. Und der Code of Arms von, äh, Charles, äh, würde wohl relativ gut auf diese Beschreibung passen, dieses ersten Tieres. Charles hat Code auf dem Arm? Ja. Sicherlich auch. Machen die ganzen Adligen nicht so mit Falknerei und so? Äh, ein guter Punkt, ja. Äh, so, dann, äh, sein Name kommt, also sämtliche Namen kommen auf die Summe 666, sowohl in Englisch als auch auf Hebräisch. Keine Ahnung. Er ist ein angeblicher, äh, ein angeblicher Nachkomme der Illuminati-Blutlinie, also der Merywinger. Und natürlich sind die Teufels, äh, Teufelssaat, natürlich. Und das Spannende ist, und da kannst du mir vielleicht helfen, äh, Wurmwurz, ähm, wird zumindest in der englischen Bibel, also irgendwas mit, nicht mit Holzwurm, das klingt falsch, aber, fällt dir da jetzt spontan ein deutsches Stichwort ein, Jonas? Jonas hört mich nicht. Und Jonas ist stumm geschaltet. Ja, ich habe, ja, wieder gestockt. Nein, mir fällt da nichts ein. Ja, äh, weil, äh, Home, also sein, sein Welsch-Home, also in, in Wels, nehme ich an, äh, heißt Liven wie Wurmwurz oder Wurmwurz Grave, äh, was aber eben auch irgendwo in dieser Offenbarung, zumindest in der englischen Version, äh, auch erwähnt wird, als quasi, äh, Basis des, des Untergangs und Dinge und Zeug. Und deswegen ist Prinz Charles der Antichrist. Und was ich in diesem Kontext besonders witzig fand, ich habe mal spaßenshalber nach diesem Buch gesucht, also das Buch heißt The Antichrist and the Cup of Tea. Und eure Aufgabe ist es jetzt, auf Amazon zu schauen und dann werde ich sehen, ob ihr bei dem Preis ähnlich lachen müsst wie ich. Das Problem ist, ich weiß ja auch nicht, ob wir alle dieselben Preise angezeigt kriegen bei Amazon. Okay, der Antichrist muss ähnlich lachen wie ich, das ist schon mal schön. Ich bin gerade, äh, erst mal auf die, äh, Amazon-Seite gegangen. Äh, ne, ne, auf die, äh, na, UK-Amazon-Seite. Äh. Aber ich ahne, was kommt, wenn ich den Preis in Euro sehe? Fast, fast. Knapp daneben. Ah, okay. Aber ich habe sehr gelacht, das fände ich mir auf jeden Fall ein bisschen putzig. Ja, genau. Ja, äh, äh, es sind übrigens, äh, 373,7, äh, Pfund. Also 373,7. Ich weiß nicht, ob das auch zahlenmüssig interessant ist. Ich bin bedauerlicherweise in Kabbala-Dingen genau gar nicht bewandert. Naja, die 3 und die 7, da kann man bestimmt was draus machen. Ja. Ja, ist, äh, 10 zum Beispiel zusammen, das, äh, das ja. Genau. Aber ihr habt auch, äh, 75 Cent, äh, am Ende. Ja. Das, ja, macht denn so komische Preise, das, und du hast ja das bestellt. Nein, ich bin doch nicht bescheuert. Ja. Aber gebraucht gibt es das ja richtig als Stäppchen. fast 3 Euro günstiger. Genau. Kommt halt der Versand noch drauf, aber. Nein, aber ich habe diese, diese Theorie irgendwann vor Jahren, als diese, dieses Buch erschienen ist, äh, kann sich jemand noch an Coast to Coaster erinnern? Nein. Äh, Ami Podcast hat, äh, seinerzeit sehr viel die ganze Ancient Alien Bubble und sowas, äh, gefeatured und, und gefördert und so weiter, war aber erst mal, hat angefangen, Entschuldigung, hat erst mal angefangen als so eine Talk-In-Sendung in den USA. Und wurde dann aber eben so das Mecker der ganzen Bekloppten und Amüsanten. Und, äh, die habe ich wirklich lange gehört, weil ja diese ganzen Verschwörungstheoretiker so ein bisschen mein Privathobby sind. Und ja, und da, da habe ich eben damals dieses, äh, dieses Buch da empfohlen bekommen. Und da musste ich heute den ganzen Tag dran denken. Hm. Das ist auch gar nicht mal so neu, dieses Buch, sehe ich gerade. Ja. Nee, ich glaube 98 oder sowas. Äh, genau. Und, keine Ahnung, ich glaube 2000 oder so habe ich da das erste Mal von gehört. Ja, aber wohnt ihr denn überhaupt noch in diesem Wormwood-Dings? Dann gehört denen das jetzt immer noch. nicht, aber das muss er ja auch genau genommen. Oder ist der Titel jetzt weiter vererbt worden an, äh, Harry oder den anderen? Nee, nee, also soweit ich das verstanden habe, ist das auf ihn persönlich, persönlich gebunden. Weil er eben auch in der Blutlinie quasi an der und der Stelle steht. Und so. Aber was, was ist denn, wenn er jetzt stirbt? Naja, der Antichrist ist ja so, äh, ist der Antichrist nicht so ein, äh, ich komm wieder Ding? Ich weiß nicht, und was ist, wenn man, also, wenn Antichrist und Christ sich zu nahe kommen, löschen die sich dann so wie Proton und Antiteilchen einfach aus? oder zerstrahlt die in Energie? Meines Wissens nach verhaut Jesus den dann. Anders gefragt, ist das automatisch Paarbildung? Können die nur zu zweit auftauchen aus dem Nichts? Paar shippen die jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Entschuldigung. Ja, nun, ach. Ich war gerade gedanklich sehr, sehr falsch abgebogen. Ja, nein. Irgendwas mit Jesus, Handjob und Loch, aber egal. Ja, gut, damit ist der explicit Take für diese Folge auch gesichert. Du hast gesagt, du hast immer einen. Ja, ich hab den auch immer, ich weiß, aber damit ist er auch gerechtfertigt. Gut, hiermit bedanke ich mich bei allen Hörergruppen, die sich an dieser Stelle verabschiedet haben. Ach so. Ich selbst zu entmuten, um zu winken, ist auch Next Level Video Call, ja. Ach, ach, Ja, nein, und ich war gerade, weil du erst kam, da willst du mit Parschippen, die jetzt und dann du mit Oh Gott, oh Gott und dann war bei mir die Frage, fällt Gott dann unter den Kuppler-Paragrafen? Hm. Aber den gibt's ja auch nicht mehr. Bei uns nicht, ich weiß nicht, ob's den überall abgeschafft hat. Ich weiß nicht, ob's den irgendwo anders überhaupt gab. Naja, aber gerade so die ganzen Sexwork Gesetze, so Schweden und Nordisches Modell und so weiter, ich glaub, das kann man schon als Kuppler-Paragraf im weitesten Sinne werben. Nein, Kuppler-Paragraf war, du gibst einem unvererateten Paar ein Zimmer. Ja, ja, und bei den Sexwork-Sachen ist es zum Beispiel ein ganz, ganz gefährliches Halbwissen, aber wenn du einer Person eine Wohnung vermittelst, oder, nein, wenn du der Person eine Wohnung gibst und du kannst es nicht ausschließen, dass dort Sexwork stattfindet, bist du mit dran. Also das kommt der Sache schon ziemlich nah, zumindest im Gedanken, finde ich. Hm. Jein. Da kommt ja auf jeden Fall noch eine wirtschaftlich Kompetente mit rein. Die fehlt ja sonst komplett. Nicht sicher. Also das eigentliche Kuppler-Lightning war halt, hat deutlich mehr, ja, hat eine deutlich größere Eingriffsfläche oder eine deutlich größere Zielgruppe, die es gefunden hat. Das stimmt. Ich meine, ansonsten müsste die Person, die uns diese Wohnung zur Verfügung stellt, ja auch entspricht, der Wohnungsbesitzer hier wäre mit dem Kupplungsparagrafen ja schon wie sie scharfellig machen. Ja, ja, klar. Ich dachte jetzt, du bist schon wieder bei einer schwedischen Argumentation und jetzt dachte ich, weißt du irgendwas, was ich nicht weiß, soll ich deinen Onlyfans promoten oder so? Deswegen das neue Licht, ich verstehe. Ja, ja, genau. Ich habe ja gestern die Kamera am Bett neu installiert. Ja, ich kann euch auch schon mal eine Kostprobe geben. Oh, oh. Das ist aber ein ganz schön langer weißer Balken. Das Schlimme ist, ich wollte jetzt You can leave your head ein Witze machen, aber es ist der Jonas. Ist schwierig und ich glaube alle seine Hüte sind gerade bei mir. Ganz schön hart das Teil, Mann oh Mann. Du bist noch auf Push to Talk und so. Ja, ich bin auf Push to Talk und der Hut passt nicht zum Kopfhörer und so. Es kommt ja auch drauf an, wo du ihn trägst. Also sowohl den Hut als auch den Kopfhörer. Als auch den Kopfhörer. Herr Stilg sprich in das Fleischmikrofon. Und jetzt habe ich einen Bombo aus Wurst. Haha. Haben wir denn Pläne für die nächste Zeit? außer versuchen zu überleben und sehr viel leiden. Ich will mal das mit diesem Sport versuchen vielleicht. In organisierter Form. Ja, Sportgruppe. Was? Ich wollte auch gerade fragen, habt ihr eine Betriebssportgruppe oder? Nein, aber in Laufweite des Ladeplatzes in der Stadt, in der ich arbeite, ist ein Fitnessstudio, was relativ günstige Konditionen hat, wenn man einen Zwei-Jahres-Vertrag abschließt. Dann kommt man irgendwie auf unter 20 Euro im Monat. Das ist echt günstig. Ja, und das wollte ich, oder ich wollte da mal ein Probetraining vereinbaren und mal gucken. Und ich sage mal, wenn man dann drei oder viermal im Monat da ist, dann lohnt sich das schon. Und mein Plan war dann, ich gehe mittwochs und freitags, wenn ich ein bisschen früher Feierabend habe, und versuche das mal. Das klingt nach einem guten Plan. Auf jeden Fall. Nachteil an der Sache ist, man muss halt alles vornherein bezahlen. Ja. Das sind dann 24 mal 15,50 Euro plus 49 Euro für die Karten Aktivierung. Also irgendwo so 400, 500 Euro. Ja, 470 waren es glaube ich oder sowas. Aber das hat halt 247 offen. Das ist auch gut. Mhm. Ja, und sind irgendwie 1000 Quadratmeter oder so, also auch sehr viel Platz. und ja, ich werde sehen, wie überlaufen das ist. Genau. Andererseits, wenn das halt eh rund um die Uhr offen hat, wirst du bestimmt ein Zeitfenster finden, wo es nicht so aufsteht. Ja, wäre halt praktisch, wenn ich das mit der Arbeit verbinden könnte. Ja, klar. Wer weiß, kannst du vielleicht vor der Arbeit. Ja, ich könnte um drei aufstehen. Genau. Wir könnten das mit dem Schlafen auch einfach gleich streichen. Abgedehnt. Andererseits konnte ich dann auch mit dem Rad zur Arbeit, weil ich kann ja im Fitnessstudio duschen. Genau. Also um zwei aufstehen. Ich glaube nicht, dass um zwei reichen würde. Oder aber, ich buche das nur, um da umschuhen zu können. Ja. Das hat auch kostenlose Parkplätze, also um 15 Euro für den Stellplatz. Ist das auch fair, oder? Ja, durchaus. Ja, das klingt nicht unvernünftig. Ja, das macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube, ich möchte trotzdem nicht, dass du mit dem Fahrrad auf der Schnellstraße fährst. Das will ich ja auch nicht. Ich will daneben fahren. Da könnte ich dir dieses eine Fahrrad, was die Polizei jetzt beschlagnahmt hat, empfehlen. In Rüsselsheim haben sie einen E-Bike mit über 100 kmh angehalten. Okay. Wow. Irgendein Holländer hat sein lustiges E-Bike getunt. Aber muss das nicht auch furchtbar unangegeben sein? Das Interessante ist, wie ist die Reichweite damit? Keine Ahnung. Er hätte mehrere Akkus verbaut. Mehr habe ich aus dem Artikel nicht rauslesen können. Nee, aber ich meine jetzt mal so wirklich auf Fahrgefühlebene. Ich meine, so ein Motorrad ist schwer. So ein Motorrad mit ein paar 100 kmh hat ja trotzdem... Na, ihr wisst, was ich meine. Ja, da ist der Rahmen alles darauf ausgelegt. Ja, eben. Ich finde beim Fahrrad alles, was schneller als 40 ist, unangenehm. Aber... Ja, ich finde 40 schon kennenswertig. Auf jeden Fall. Wo wir wieder bei dem Punkt mit den Rennradfahrern wären. Sie haben Angst, dass ihr Rad kaputt geht, wenn sie über eine Wurzel fahren, aber fahren mit 80, 90 Sachen den Feldberg runter. Okay. Okay. Aber warum? Ja, weil sie vorher hochgeradelt sind. Aber warum? Um danach runterzufahren. Das ist ein Teufelskreis. Frag mich nicht. Okay. Menschen. Ich verstehe das nicht. Menschen sind komisch. Und vor allem mit 80, 90 Sachen und dann nur Wurstpelle an. Weißt du, wo du davon ausgehst, du reibst dich auf dem Asphalt komplett auf, wenn es uns dich mault. Ja, nun. Ich meine, dann... Somit ist das mit der Mettwurst ja kein gelöstes Problem, aber... Absolut. Ja. Ach, 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 ach. Nein, ich verstehe die Freuden von echten Menschen nicht. Äh, nein. Ich habe letztens wieder festgestellt, dass die Anatomie von echten Menschen sehr viele, sehr komische Schwachpunkte hat. die so einfach... Das ist idiotisch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel, dass ihr mit ausgestreckten Beinen nicht mit den Füßen klatschen könnt. Also ich kann das, aber du bist immer noch auf Busch... Genau. Ich muss meine Beine dafür nach außen abwinkeln, damit die Fußflächen aneinander kommen. Jetzt bist du schumm. Hm. Hm, hm. Nein, aber alleine, dass Füße im Normalfall nicht um 360 Grad drehbar sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dafür sind Füße doch da. Nein, nein. Eulenköpfe sind dafür da. Füße nicht. Wenn du Eulenköpfe am Ende deiner Beine hast, ist es völlig normal, dass sie sich um 360 Grad drehen können. Allerdings klatschen die auch dann beim Laufen. Ja gut, aber... Wie kommuniziert ihr denn dann? Grunzen. Ja, aber ohne das Kommunikationsfüßchen ist doch... Da fehlt doch mindestens eine Bedeutungsebene. Willst du mir damit was sagen? Dir? Nein. Du kommunizierst ja sowieso nicht. Korrekt. Habe ich damit Watzlawick das Ding widerlegt? Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Ach. Ach. Man kann nicht nicht kommunizieren, außer man hat keine Füßchen. Ja. Außer man ist Jonas. Ja. Ach. Kennen wir. Ach. Ach. Hm. Nein, nein. Aber ich merke das halt, also gerade an dem Thema Füße und Beweglichkeit, ja sehr regelmäßig mit Papa und so weiter, weil Überbesäule halt kaputt, so Sachen wie Dücken und Socken anziehen, sehr, sehr schwierig. und Füße drehen oder sowas auch nahezu und wirklich, also wo ich halt das wohl in alle Dimensionen, ne? Was genau meinst du mit drehen? Äh, ich würde es dir demonstrieren, aber schau mir keine Hose an und nur ein T-Shirt und das Äh? Nein. Okay, verstehe ich. Ähm, warte mal. Kannst du es vielleicht mit einer Hand verdeutlichen? Ich warte jetzt, dass der Hendrian den Gummifuß holt. Kannst du mir in dieser Puppe zeigen, wie man den Fuß dreht? Na, guck mal, das geht doch schon damit los. Wie weit kommst du mit der Hand, also mit der Hand kann ich es gar nicht so weit wie mit den Füßen. Aber mit den Füßen komme ich bis fast runter. Ah, okay, ja, 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 ich verstehe. Moment, warte, 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 so. Ja. Mit den Füßen komme ich bis fast ganz ans Beinrand. Ja, nee, ich kann es dir nicht zeigen, weil, warte, so, so geht's. Also es fängt ja schon damit an, dass mein Bein invertiert in sich ist. Genau, ich wollte gerade sagen, das erste Verwirrende ist ja, dass das falschrum ist. Naja, und dann kannst du da halt verhältnismäßig frei im Raum interagieren mit. Ja, das stimmt. Das ist voll praktisch, aber irgendwie kann das wohl nicht jeder. Ja, was aber einfach auch, glaube ich, daran liegt, dass bei uns das nach unten zeigt. Das ist halt die spannende Frage, ob das wirklich der ganze Schaden ist. Deswegen benutzt man es zu dem Zweck einfach im Alltag sehr, sehr selten. Das macht erstaunlich viel Sinn. Aber ich meine, ich werde nie vergessen, den Moment auf Arbeit, als mir irgendwas runtergefallen war und ich mich kopfüber in den Rollstuhl hängte und mich mit den Füßen hinten in den Rollstuhl-Nackenkissen einhafte, um beide Hände frei zu haben, um nach dem verlorenen Dingsi zu angeln. Und das natürlich, weil ich ein Idiot bin, völlig geistesgegenwärtig, wie ich halt bin, einfach so gemacht habe, ohne darüber nachzudenken, dass da ein Großraumbüro von Arbeitskollegen als Zeugen sitzt. Was zu sehr, sehr amüsierten und gleichzeitig sehr, sehr schmuckiernden Blicken gefühlt hat. Aber das Prinzip Greif- und Kommunikationsfüßchen ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Daseins einer Katze. Also Greiffüßchen gebe ich dir völlig recht. Ich bin auch ein großer Fan davon, lieber mit den Füßen was aufzuheben, als mich einmal zu bücken. Wofür habe ich denn Affenhände? Nee, aber halt vor allem so im Haltekontext. Ist so Füße voll gutes Konzept. Ja, wie gesagt, dafür sind die meistens nicht genug in Reichweite. Also baumeln halt am anderen Ende des Körpers rum. Aber ja, ja. Oh, warte mal, hat nicht Ralf letztens irgendwas gesagt, der braucht mehr Hände zum Löten? Der hat doch Füße. Ja, ach nun, es ist aber auch Ralf. Ja, aber Übung und so. Und Brandblasen sind weniger schlimm auf Humphaut? Hör mir auf mit Brandblasen an Füßen. Ganz, ganz, ganz beschissenes Thema. Ja, ich kenne das auch, aber wahrscheinlich aus einem anderen Kontext als du. Ich habe es irgendwann mal geschafft, da habe ich noch studiert, mir beide Fußsohlen so zu verbrennen, dass die Sohlen jeweils eine einzige große Brandblase war. Also beziehungsweise da, wo man halt, wo ich halt auftrete mit dem Fuß, was bei meinen Füßen zu viel groß ist. Weil heißer Asphalt oder? Eine Mischung aus heißer Asphalt und Kalk. Das ist klug. Baustell, Kalk, gelöscht. Klug. Au. Sehr, sehr klug. Das heißt, ich bin sehr, sehr, äh, ich will nicht sagen abgelenkt, aber vorsichtig nach Hause gefahren mit dem Auto. Ja. Bin in die Apotheke, aber in der Apotheke haben wir einen Fuß auf den Tresen gelegt und gesagt, ich brauche irgendwas, irgendwas, damit die wieder funktionieren. Und er kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Gab mir zwei Tuben Brandsalve und mein Internet ist tot und schickte mich nach Hause. Warum ist dein Internet tot? Jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder da. Für uns. Aber wenn das Gott war weg. Wenn das Gott war weg. Aber jetzt seid ihr wieder da. Ja, du hast der Apothekerin deinen Fuß auf den Tresen gelegt. Genau, bekam zwei Tuben Brandblase, Brandsalve in die Hand gedrückt und wurde nach Hause geschickt und hatte wochenlang was davon. Das war toll. Fantastisch. Mhm. Nachhaltigkeit. So wichtig. Oh ja. Ach ja. Nein, also ich, ich habe es ja immer nur geschafft, weil ja eben die Füße bei mir so über die Rollstuhldäne hängen, regelmäßig Sonnenbrand, aber auch in einem Level von es wirft Blasen auf den Fußsohlen zu haben. Und das ist auch echt nicht schön. Ja, das klingt so. Hattet ihr schon mal Brandblasen auf den Ohren? Ja, ein oder zweimal, aber nur sehr harmlos. Weil das ist auch nicht schön. Ja. Das klingt so, ja. Brandblasen vom Sonnenbrand oder hast du gegrillt und nicht aufgepasst? Sonnenbrand. Okay. Was auch nicht schön ist, ist Brandblasen auf einer Gesichtshälfte, weil man in der Sonne eingeschlafen ist? Hm, nun, äh, ja. Ich finde, das ist nicht so, es gibt eine Geschichte dazu. Naja, ich war im Urlaub, lag am Strand, bin eingeschlafen und eine Gesichtshälfte guckte halt in Richtung Sonne. Ja. Sehr unspektakulär, die Geschichte, aber ja. Das heißt, du warst danach auch halbseitig braun? Äh, nee, ich wette ja direkt wieder weiß nach dem Rot und so. Ach so, ja. Sonst wären so Fahndungsdinge sehr, sehr lustig gewesen. Nach einem sehr flassen, nein, einem sehr braun, nein, einem sehr egal. Ich weiß nicht, ob ich damals schon straffmütig war. Ich glaube, gerade so vielleicht. Naja, aber ich hatte auf jeden Fall jetzt den ersten Sonnenbrand des Jahres. Ich auch. Jupp. Das war schön. Aber war, äh, sehr gemäßigt bei mir tatsächlich. Mhm. Bei mir an sich auch und wurde dadurch gelindert, dass ich mich ablenken konnte durch den Konsum von Wasserbüffelfleisch. Mhm. Falls ich das beim letzten Mal schon erwähnt hatte, entschuldige ich mich dafür. Wenn nicht, Wasserbüffel sehr gut essen. Aha. deutliche Unterschied zu sonstigem Rind oder sowas? Ja. Ja. Mein erster Gedanke war, schmeckt mehr nach Wild, aber es ist nicht dieser typische Wildgeschmack. Aha. Es ist noch mal anders. Also von der Konsistenz her, ähnlich wie Rind, ein bisschen, noch ein bisschen robuster, sag ich mal, weil der Tier einfach auch ein bisschen robuster ist als so das normale, das normale Stallrind, sag ich mal. Aber es hat halt echt so einen ganz eigenen Touch noch dabei. Mein, eine Arbeitskollege meinte, wenn du Büffelmozzarella isst, der hat ja auch so einen eigenen Beigeschmack, dass das ein ähnlicher Geschmack wäre. Das kann ich so nicht bestätigen und nicht dementieren, weil mir der Geschmack von Büffelmozzarella gerade nicht auf der Zunge ist. Äh, hab ich mal gegessen, aber ich glaube, da war vor allem die Konsistenz, die anders war als bei den normalen, aber der Geschmack war, ja doch, war auch ein bisschen anders, aber ich kann's jetzt auch im Gehirn nicht reproduzieren. Aber, äh, Wasserbüffel hat mir sowohl in der Darreichungsform Gulasch als auch in der Darreichungsform Bratwurst sehr gut geschmeckt. Mhm. Äh, wie gesagt, hat ein bisschen mehr, mehr Biss als normales Rind. Mhm. Hm. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich würd's wieder tun. Und das nicht nur, weil bei The Hunter die Wasserbüffel so Arschlöcher sind. Aber auch? Ja, auch. Ich hab's mit einer gewissen Genugtuung gegessen. Habt ihr denn die Elchcam in den letzten Tagen noch mal einen gehabt? Äh, nein. Oh ja. Hab ich was verpasst? Der Elchcounter stand zumindest gestern immer noch bei eins. Heute hab ich da nicht reingeschaut. Ja. Ähm, aber, äh, viel Fraß hab ich des Öfteren mal gesehen. Mhm. Und hatte sehr viel Spaß. Ich glaub, die Highlights von vorgestern waren das. 13.30 Uhr müsste es gewesen sein. Ähm, war eine Aufnahme von der, von der, ich sag mal, Futterstelle, wo irgendein verändetes Wildtier lag, verändeter Elch oder sowas. Äh, an dem sich inzwischen nur noch so ein paar Raben und ein Adler gütlich taten. Ich sag mal, gütlich taten. Ähm, und es war sehr unterhaltsam, weil eigentlich lag genug Fleisch für alle rum. Mhm. Auch für den Adler, der sich seine Portion holte, auf die Wiese setzte und fressen wollte und ein Rabe sich dachte, oh, ein Adler, den kann ich ärgern und die ganze Zeit sich anschlägt und von hinten an einer Schwanzfeder zu zoppeln. Der Adler sich erbost umdrehte und probierte, dieses Vieh zu verjagen, was aber nur wenige Sekunden vorhielt, weil sobald sich der Adler wieder umdrehte zu dem Rabe, der Rabe wieder ankam und wieder an der Schwanzfeder zu zoppeln. Ja, das ging, ich würde sagen, eine Viertelstunde so, dann wurde es dem Adler zu dumm und er ist weggeflogen. Mit seinem Stück Fleisch. Ja, das klingt nett. Elchcam, große Empfehlung. Ja, auf jeden Fall. Elchcam, sehr große Empfehlung. Hat mich tatsächlich auch über die letzte Woche begleitet. Ich habe inzwischen auch die Option gefunden, wie man alle vier Kameras gleichzeitig gucken kann. Ah. Sascha an dieser Stelle. Ja. Man kann nämlich, wenn man unten auf das kleine Zahnrad klickt für die Einstellungen, gibt es eine natürlich in Schwedisch gehaltene Option, die ich nicht verstehe, wo man ein Häkchen setzen kann und dann kommt ein Pop-Up-Bild rein. Ah. Mit einer anderen Kamera. Ja. Die kann man durchschalten. Wenn man aber in dieses kleine Pop-Up mit der einen Kamera reinklickt mit rechts und sagt, oh Gott, das muss ich überlegen, ich glaube Fullscreen, ja. Dann zeigt er alle vier Kameras an. Aha. Alle Kameras gleichzeitig gucken. Voll cool. Ja. Und es sind nur vier Kameras? Ich dachte, es wären deutlich mehr. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man da vier Kameras gleichzeitig schauen, was sehr schön ist. Okay. Es mag sein, dass es noch mehr Kameras gibt. Das möchte ich nicht ausschließen. Weil ich dachte, ich hätte irgendwas von ein paar und 30 gehört. Ja, Kameras ja, aber quasi Szenen. Also die haben ja mehrere Kameras an verschiedenen Stellen. Und ich glaube, es sind vier Stellen, die sie insgesamt vermint haben. Also die dann aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt haben. Ja, okay. Ja, gut. Ich meine, wenn du vier Stellen vermielst, ist die Sache mit dem Gulasch sehr schnell ein gelöstes Problem. Stimmt. Aber gut. Elch-Gulasch. Elch. Elch, genau. Nee, Elch. Sehr, sehr köstlich. Auch sehr zu empfehlen. Immer essen. Ja, wie gesagt, wir haben ja letztens Rentier. Auch sehr, sehr gut. Großer Fan. Ja, am 19., 20., irgendwann danach. Genau. Da wird die Trollschenke unsicher gemacht. Wieder mal. Ausgezeichnet. Und ich werde wieder mit einem geilen Kulik nach Hause gehen. Und das wird mir wieder nicht leid tun. Und ich werde diesmal nicht das Schnitzel Strittberg nehmen. Das was? Ein Schnitzel Strittberg. Das klingt nach einem verrückten Prof. Ja, klingt so. Es hat eine Panade, die unter anderem aus Senf besteht. Senf-Gürkchen. Ah. Diese Senf-Gürkchen-Zübeln. Ja, ja. Da habe ich schon mal von gehört. Und ich habe das einmal in echt Leckere gegessen und dachte mir, oh ja, holst du sie wieder. Ja. Aber die da vor Ort, die kriegen das, also es war nicht knusprig. Es war halt eine Umhüllung, aber es war, ja, nicht das, was ich als Panade verstehe. Okay. Ne, das ist dann natürlich nicht so geil. Oh, Schnitzel. Wo kriege ich jetzt Schnitzel länger? Hast du keinen Schnitzelautomaten? Hm. Schnitzel24.de Schnitzel, Jobe. Schnitzel24.de gibt es schon und die Seite ist leer. Lieferschnitzel24.de Schnitzelheld24.de Hm. Wenn ich nach Lieferschnitzel24.de duckduck goe, komme ich auf eine Seite namens knusper.de, dein Online-Supermarkt. Okay. Liefern sich Schnitzel? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob es an meinem Piehole oder an diesem Internet an sich liegt, aber sowohl Lieferschnitzel24.de als auch Fickschnitzel24.de funktionieren bei mir nicht. Ja nun, vielleicht ist dein Piehole auch einfach Vegetarier. Möglich. Werd ich mir heute auch einen Käsetoast machen. Apropos Käsetoast, ich hatte vorhin wieder einen fantastischen Toast mit Fischkäse. Ah. Bitte sag, dass du Frischkäse gesagt hast und nicht Fischkäse. Ich wusste, dass ihr euch das fragt. Gut, dass ihr fragt. Doch, doch, Fischkäse. Warum? Was ist Fischkäse? Nein, warum? Nein, nein, ich möchte wissen, was es ist. oder wir belassen es an dieser Stelle dabei und sagen, es wäre ein Cliffhanger. Aber dann kann der Jonas doch wieder nicht schlafen für die nächsten Zeit. Ich nehme die Erklärung auch off the record. Nein, ich kann ja das Rezept für diese Köstlichkeit einfach hier kurz droppen. Man nehme sich eine Packung Frischkäse, die mit dem R, ohne Kräuter, ganz normalen Natur, ich würde sagen, die Hälfte davon reicht, also 200 Gramm sollten reichen. Den Saft einer Zitrone mische den unter den Frischkäse, außerdem ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, und dann nochmal ein bisschen mehr Pfeffer, weil Pfeffer immer sehr lecker ist. Dann nehme man sich eine Dose Ölsardinen und kippe die dort rein und drücke alles mit der Gabel schön durch, bis eine Paste entsteht und fertig ist der Fischkäse. Ich wiederhole, warum? Es schmeckt vortrefflich auf Toast. Ja, das tut Lotus-Creme auch. Und es ist eine englische Spezialität. Wie war das? Die Schönheit unserer Frauen und die Qualität unserer Küche haben uns zu den besten Seefrauen der Welt gemacht? Genau. Aber nein. Dazu ein Spiegelei und Gürkchen. Ja, Spiegelei und Gürkchen ist das einzige vernünftige, was du bis jetzt gesagt hast zu dem Thema. Ich habe Fischkäse gesucht in der Suchmaschine meiner Wahl, bin auf kochen-küche.com gekommen und habe folgende Zutaten gefunden. 250 Gramm Margarine, drei gekochte Eier, 150 Gramm Hartkäse in Klammern Gouda, eine Dose Gewürzsardinen in Klammern Nuri, vier bis sechs Sardellen Ringern, eine Zwiebel, Salz und Pfeffer und Senf. Und ich sehe die Beschreibung der Zubereitung. Für den Fischkäse alle Zutaten durch den Fleischwolf drehen. Das war's. Schön. Warum? Warum stellst du dir diese Frage noch? Weil ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe. Andererseits weiß die Stupidedia zu berichten, dass Fischkäse aus der Milch der weiblichen Makrelen hergestellt wird, die in der Regel von Hand und mit viel Gefühl gemolken werden müssen. Okay. Lecker heißt das, glaube ich. Und Fischkäse muss laut Käseverordnung mindestens einen Fischanteil von 87 Cent aufweisen. Können wir bitte wieder über schöne Dage wie Lasagne sprechen? Fischlasagne? Hab ich wieder Fischlasagne nicht? Ich glaube, ich muss ein neues Zuhause brauchen. Das ist alles nicht gut. Nein, nein. Das, liebe Kinder, war der Grundkurs, wie man seinen Platz als Podcaster in diesem Podcast verliert. Nein, 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 das ist schon okay. Ihr habt ja auch das Recht pervers zu sein. Es ist no King Shaming hier, aber warum? Whatever floats your fishing boat. Ja, genau das. Ich möchte ja nur verstehen. Lachshäppchen mit Fischkäse und Gurke ist ein Rezept mit frischen Zutaten aus der Kategorie Meerwasserfisch. Eat Smarter Die Gurke, wer kennt ihn nicht? Diesen beliebten Meerwasserfisch? Natürlich. Vielleicht meinen sie auch Seegurken, wer weiß. Nein, ich glaube tatsächlich, in dem Fall ist es ein Tippfehler, es sollte Fischkäse heißen. Aber um dich zu beruhigen, Dela, Lasagne und zwar wirklich ganz klassische wird es morgen geben. Das ist sehr ausgezeichnet. Bei uns wird es morgen wahrscheinlich Zwiebel-Eskalation geben. Vorausgesetzt bis dahin hat sich meine Galle wieder eingekriegt. Ja. Die hat mit dem Schilder auch schon wieder lustige Dinge getan. Das soll sie aber nicht. Ja, vor allem ist es lustig, dass sie lustige Dinge tut, seit sie nicht mehr da ist. Nein, die Galle ist da. Die Gallenblase ist weg. Ja, es ist alles sehr spannend. Aber nun, ja, auf jeden Fall morgen wird es höchstwahrscheinlich Zwiebel-Eskalation geben. In welcher Form? Das wird sehr gut werden. Ich hatte das Rezept schon mal ins Omnomnom gekippt. Das ist diese Nudelsauce auf Basis einer französischen Zwiebelsuppe. Ah, ja, ja, ich verstehe. Genau. Und da Jonas noch nicht da war, als ich die damals gekocht habe, habe ich gesagt, dann werden wir das nachholen. Ja. Freue mich sehr darauf. Ich mag Zwiebeln. Oh, ja. Haben wir eigentlich Meli gekauft, ja. Ja, wir haben einen ganzen Sack. Sehr schön. Ausgezeichnet. Auch mal wieder so richtig schönes Zwiebelfleisch, wäre mal wieder geil. Hm. Magst du das bevorzugt mit Schnitzelfleisch oder mit Hähnchen? Ja, Schnitzelfleisch. Okay. Ja, bei uns ist das tatsächlich, wird das relativ häufig mit Hähnchen-Dingen vorbereitet. Aber das ich nehme an, das ist einfach geschmachsauer. Ja. Beziehungsweise hat das wahrscheinlich bei uns auch eher so Gründe wie Gicht und Quatsch und Dinge und so Sachen. Ja. Weil Schnitzelfleisch und Schwein ist ja bei Gicht und sowas immer schwierig. Ja. Ist mein Discord-Video eigentlich nur bei mir eingefroren oder bei euch auch? Nein, nein, du bist mir auch eingefroren. Ja, genau. Okay. Ich dachte, das muss so. Ja, wahrscheinlich schon, aber wer weiß das schon. Genau. Jetzt bist du nicht mehr eingefroren, dafür kringelst du. Genau. Ach ja. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen. Ja, wir sollten vielleicht genau, das Ganze jetzt zu einem Finale bringen. Okay. Oder? Okay, dann hätte ich gerne ein gutes Finalthema. Ein Höhepunkt, mit dem man hier aussteigen kann. Du glaubst, wir können den Fischkäse toppen? Bestimmt könnt ihr das. Hm. 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 Wie stehst du zu Raku Feng? Äh. Tja. Oder anders. Ist dir der Name ein Begriff? Absolut, ja. Aber ich habe es entweder echt schon lange nicht mehr gegessen oder unauffällig gegessen. Weil ich habe keine negativen Erinnerungen daran. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gegessen und es war sehr lecker. Oder zum ersten Mal hier in der Gegend. Das stimmt doch gar nicht. Ja, ich hatte mal Reste von Dagen. Nein, das stimmt auch alles überhaupt nicht. Du hast auch bei Oma schon Raku Feng gekriegt. Nein, ich sollte es bekommen und dann habt ihr das gegessen, dass ich da war. Was? Nein, da waren wir noch gar nicht in der Umzugsphase. Da hast du schon bei Oma Raku Feng gekriegt. Nein, habe ich nicht. Das war aber das erste. Doch. Nein, ich habe so die Janka von Oma bekommen, aber nie Raku Feng. Nein? Nein. Und dann hast du doch bestimmt auch schon mal Steakow vorgegessen hier. Nur Reste von dir. Na gut, okay, meinetwegen. Äh, 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 Raku Feng mit oder ohne diesem hässlichen Törtchen. Was für ein Törtchen? Ohne, bei uns gibt es das Törtchen nicht. Sehr gut, okay. Es gibt so Blätterteig, Blätterteig-Kürmchen, wo du das quasi als Pastete. Genau. Ja, im Prinzip ja. Nein, also hier wird es auch immer mit Käse überbacken. Sehr gut. Genau. Ja. Mit Käse, Wurstersoße und Zitrone. Und der Globus hier hat das in kleinen Aluförmchen abgepackt, äh, zum selbst in den Ofen schieben einfach und das habe ich mir jetzt geholt und das war sehr lecker. Das glaube ich. Ausgezeichnet. Mhm. Aber ich sage, die Frage ist ja eigentlich, was man, was man so damit verbindet. Weil manche Menschen verbinden damit halt dieses, wie wir es kennen und bei anderen ist das ja dieses Zeug mit, was da drin ist, irgendwelches Organzeugs, glaube ich. Kannst du letzteres nochmal gerade wiederholen? Irgendwelches? Manche, irgendwelches Organzeugs. Ah, okay. Bin mir jetzt nicht sicher, was genau. Aber was ist da? In meinem Kopf war das ein ganz normales Kalbsragout in einer hellen Soße. Nee, also ich glaube, das originale französische Raguffin hat irgendwelchen Organquatsch dabei. Das wundert mich nicht, der Franzose an sich ist ja alles. Ja, also Richtig. Original, äh, Kalbfleisch, Kalbsbries, Hirn, Zucke und Rückenmark und wieder Brust. Genau. Und je nach Rezept auch, äh, Fisch, ja. Alles in leichtem Essigwasser gegart oder in Butter gedürzt. Mhm. In kleinen Würfel geschnitten. Womit wir wieder beim Thema sind, ist es einfach falsch, Franzose zu sein. Zweiter Bestandteil ist eine weiße Soße aus heller Mehlschwitze, Brühe, Weißwein, Sardellen, Zitronensaft, Sahne und gezinzelten Champignons. Okay, das hingegen klingt gar nicht mal so verkehrt. Ja, das stimmt. Würfel und Soße werden vermischt, im Wasserbad erhitzt und anschließend in Tassen Schalen von Jakobsmuscheln oder Vodouins in Klammern Glätterteigformen Ja, genau, das sind diese Kirchen. mit Paniermehl, Käse und Butter überbacken. Hm. Ja, und das heute in Konserven angebotene Dings enthält üblicherweise keine Innereien, sondern lediglich Geflügel und Kaltfleisch, beziehungsweise Geflügel und Kaltfleischprodukte. Ja. Ja. Ja, Entschuldigung, ich habe Schluck auf. Ein ähnliches Gericht ist das Würzfleisch. Also das ist quasi das, was man hier als Rago-Fan kennt. Genau. Und das ist mit alles, was du hast. Ja, hauptsächlich mages Geflügel oder Schweinefleisch. Ja. Auch liebevoll Kärisch genannt. So, ich möchte zum Protokoll geben, dass dieses sehr merkwürdige Corsagenartige Kleidungsstück fertig ist. Ausgezeichnet. Ich werde das nachher antrobieren und dann werden wir sehen, ob das funktioniert hat, wie ich mir das denke. sehr gut, sehr gut. Gut. Ja, war das Höhepunkt genug für dich? Das war ein schöner Höhepunkt, vielen Dank. War es für dich so schön wie für mich? Ja, liebe Dame, Entschuldigung, nein, ich habe nichts getan. Du musst kurz das Taschentuch wegtun, so. Gut, kein Drehernis Rang, ich bin üblich eine Ehre. Das war mir ein Vergnügen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht und Jonas, ich komme gleich noch auf eine Zigarette danach zu dir. Alles klar. Alles klar, macht's gut, tschüss. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao.